Hallo, bonjour, ich bin Madame Wormuth. In diesem Video geht es um Verben mit Besonderheiten, die man bei der Bildung des Empachfell beachten muss. Es ist eine notwendige Ergänzung zum ersten Empachfell-Video. Voraussetzung Du solltest das Video Empachfell 1, Teil 1 gesehen haben. Hier wird die Bildung des Empachfell allgemein erklärt. Kommen wir nun zu den Verben mit Besonderheiten. Aber keine Panik, so schwer ist es auch nicht. Da gibt es die Verben auf IR mit Stammerweiterung. Dann die Verben auf GER mit Wechsel von GE und G. Die Verben auf CER mit Wechsel von CCD und C. Und schließlich das Verb Être. Nehmen wir das IR-Verb Choisir. Wählen, aussuchen. Die erste Person Plural ist Nous choisissons. Dieses eingeschobene IS ist die Stammerweiterung. Die Stammerweiterung gehört zum Stamm und... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Wir können hier auch auf www.sofatutor.com Vielen Dank.